Die Provinzen Bosnien und Herzegowina werden von Österreich-Ungarn besetzt und verwaltet werden. Da die österreichisch-ungarische Regierung nicht den Wunsch hegt, die Verwaltung des Sanjaks von Novi Pazar zu übernehmen, welches sich zwischen Serbien und Montenegro in südöstlicher Richtung bis jenseits Mitrovica erschreckt, so wird die ottomanische Verwaltung da selbst fortgeführt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020